Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Alco, dem Hauptsponsor des FC Augsburg. Pierre, das war ein unwahrscheinlich schweres Spiel. Köln hat brutal Beton angerührt. Wie zufrieden oder unzufrieden bist du mit diesem 0 zu 0? Ja, wir haben oft in dieser Situation gestanden, wo wir immer wieder am Ende auf ein Tor spielen müssen. Und die kleinen Detail rausholen müssen. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen daran arbeiten, dass das ein bisschen aus nichts kommt. Weil wir wissen, wir kriegen kein großes Geschenk im Spiel. Und so war es wieder heute. Mal geht es rein und mal nicht. Aber heute, finde ich, hört ein bisschen Peck dazu. Vielleicht war einmal Handspiel, einmal auf Torlinie gerettet und so. Aber wie gesagt, wir brauchen die letzten Detail und die letzten Prozenten, dass wir da alles zumachen und das Tor erzielt. Ich glaube, wir können uns in unserer Leistung eigentlich nicht so viel vorwerfen. Wir haben hochkonzentriert gespielt, haben wenig zugelassen. Offensiv ist uns leider nicht das Tor gelungen, was wir eigentlich verdient hätten aufgrund der Chancen, die wir hatten. Natürlich war das jetzt kein hochklassiges Spiel von uns, aber wir haben einige Chancen gehabt durch Standards. Und ja, es hat ein bisschen Quäntchen Glück gefällt. Ja, ich glaube, mit der ersten Halbzeit können wir bis auf den Abschluss, glaube ich, zufrieden sein. Und als sie dann vor allem Anfang der zweiten Halbzeit auf Fünferkette umgestellt haben, haben wir uns noch schwerer getan. Aber ich glaube, in der ersten Halbzeit müssten wir das eine oder andere Torchance schon hätten ausnutzen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Und da ist es uns heute leider nicht gelungen. Ja, unzufrieden ist man natürlich über das Ergebnis. Wie gesagt, es war ein ordentliches Spiel von unserer Seite. Ich denke, wir waren klar die dominantere Mannschaft. Über 90 Minuten hatten wir auch die klarere Torschancen. Zwei, drei sehr gute, glaube ich. Ja, das ist das Einzige, was wir uns vorwerfen können heute, glaube ich. Wir haben von ersten bis letzten Minuten alles gegeben, um das Tor zu erzielen. Am Ende haben wir das leider nicht geschafft und da muss man auch mit dem Punkt leben. Wie schwer ist das trotzdem gegen so eine Mannschaft, die sich ja mit elf Mann hinten rein stellt und nach vorne eigentlich gar nichts macht? Ja, es ist nie einfach gegen einen defensiven Gegner zu spielen. Wie gesagt, es macht Köln gut. Wir verteidigen sehr kompakt, aggressiv, lassen wenig Räume zu. Aber dann haben wir natürlich die Aufgaben, da eine Lösung drauf zu finden. Und die hatten wir heute vielleicht ein paar Mal, wo wir fürs Tor kamen. Aber oft hat bei uns auch der letzte genauer Pass einfach gefehlt. Andererseits muss man sagen, wenn man zwei, drei hundertprozentige Chancen hat, muss man einfach auch eine reinmachen. Und wie gesagt, das haben wir heute leider nicht geschafft. Aber wie gesagt, wir haben einen Punkt, da müssen wir leben und vielleicht ist er am Ende nochmal wertvoll. Trotzdem immer noch Platz sechs, nächste Woche geht es aber zum FC Bayern. Da wird es besonders schwer. Ist da auch was zu holen? Muss man daraus noch weniger, noch mehr machen, wie du sagst? Ja, da kriegen wir vielleicht höchstens zwei Torchancen. Und dann müssen zwei Tore oder drei Tore sein. Wir müssen mit einer Chance zwei Tore machen. Und wir wissen auch, wenn man in Bayern gewinnen muss, muss man zumindest zwei Tore zielen. Und ja, Augsburg hat das schon mal gemacht. Warum nicht nochmal? Aber Bayern ist natürlich eine ganz große Nummer und eine Ausnahmegegner. Das Gute ist, dass Bayern glaube ich nicht mehr weiß, dass wir nächste Woche nach München kommen. Sie haben ja alle nur Barcelona im Kopf. Und wir haben letztes Jahr bewiesen, dass wir gegen eine B-Mannschaft zu einem gewinnen können. Und ich gehe mal davon aus, dass nächste Woche auch eine B-Mannschaft spielt. Da haben wir alle Chancen in der Hand. Aber du bist gegen deine Ex-Kollegen besonders motiviert? Ja, ich bin jetzt Augsburg-Spieler und möchte mit Augsburg jedes Spiel gewinnen. Paul Verhag bis 2018. Ich glaube, das gefällt jedem FCA-Fan und Anhänger. Was hat den Ausschlag gegeben, dass du deinen Vertrag vorzeitig ja um zwei weitere Jahre verlängert hast? Ja, weil ich mich erstens unheimlich wohl fühle bei diesem Verein. Wenn man sieht, was hier die letzten Jahre entstanden ist, wie der Verein sich entwickelt hat, ist natürlich super. Und ich möchte gerne diesen Weg mit dem Verein weiterführen. Und dafür gab es für mich keinen Grund, mich etwas anderes zu überlegen. Das ist ja schon ein Statement, war ein bisschen überraschend auch. Es stehen auch noch ein paar andere Kandidaten seit längerem in der Pipeline. Ging das ganz fix oder hast du schon lange gewusst, dass du auf jeden Fall hier bleiben willst? Nö, das ging ziemlich schnell. In dem Sinn, dass ich mich nicht lange überlegen müsste. Und ich bin froh, dass es dann geklappt hat. Und ich bin auch froh, die nächsten Jahre für diesen Verein zu spielen. Und ich hoffe, wir können uns weiterentwickeln. Wenn man sieht, wie man dieses Jahr in die Bundesliga auftritt, ist natürlich super. Und das möchten wir jetzt erst gut zu Ende bringen mit nur drei Spielen. Und dann nächstes Jahr das weiterführen. Es hat sich ein bisschen gezogen, aber du hast deinen Vertrag jetzt verlängert beim FCA bis 2017. Was hat letztendlich den Ausschlag gegeben? Und ja, wie froh bist du, dass das Thema jetzt auch vom Tisch ist? Ja, ich bin sehr erleichtert. Ich glaube, die letzten zwei Jahre, seitdem ich hier bin, hat es einen Riesenspaß gemacht, mit der Mannschaft, mit dem Trainerstab zu arbeiten. Und ich glaube, die beiden Personalien, Markus Weinstein und Stefan Reuter, haben noch eine Riesenrolle gespielt. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FCA gegen den 1. FC Köln. Ich grüße Sie als Medienvertreter und alle Fans draußen im Stadion, im LEW-Business-Club und im Fanzelt. Und natürlich hier vorne die beiden Trainer, Peter Stöger und Markus Weinzierl. Und darf gleich unseren Gästetrainer, Herrn Stöger, um seinen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, wir sind mit dem Punkt sehr, sehr zufrieden. Wir wissen, dass wir hier viel Arbeit zu verrichten hatten. Keine Mannschaft, die Zielsetzung aufgrund einer sehr, sehr starken Saison hat, um die Eurig-Plätze mitzuspielen. Wir wollten mehr nach vorne unternehmen. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben so unsere Probleme gehabt. Die Mannschaft hat alles dafür getan, im läuferischen, im kämpferischen Bereich, um dann den Punkt mitzunehmen. Der tut uns gut. Wir können es einschätzen, als Aufsteiger hier einen Punkt mitzunehmen in der Phase der Meisterschaft. Deswegen sind wir zufrieden. Wir haben schon bessere Spiele abgeliefert. Aber es war von unserer Seite alles, was wir heute einbringen konnten, haben wir eingebracht. Und wir waren einigermaßen zufrieden nach Hause. Dankeschön. Dankeschön, Herr Stöger. Wie zufrieden bist du, Markus? Ja, schade, denke ich. Ich kann meiner Mannschaft heute nichts vorwerfen. Ich glaube, dass wir ein gutes Spiel abgeliefert haben. Wir waren auch die bessere Mannschaft mit der klar besseren Spielanlage. Aber es ist uns in der Vergangenheit auch immer schon so gegangen, dass wir gegen defensive Mannschaften Probleme haben, uns Torchancen zu erarbeiten. Und dementsprechend schwerer fällt es dann auch gegen ultradefensive Kölner Mannschaft heute. Ich denke, dass man gesehen hat, dass sie auf den Punkt aus waren. Das ist auch absolut legitim. Für uns ist es dann einfach wichtig oder wäre es wichtig gewesen, dann die wenigen Chancen, die man in so einem Spiel dann bekommt, zu nutzen. Und die hundertprozentigen Chancen waren definitiv da durch Völlner in der ersten Halbzeit und auch durch den Kopfball in der zweiten Hälfte. Da hat uns das notwendige Glück oder die letzte Konsequenz gefehlt, um hier dann dreifach zu punkten. Es ist uns nicht gelungen heute, denke ich, uns für den Aufwand zu belohnen. Aber so ist es. Machen wir weiter. Den Punkt nehmen wir mit. Und es sind noch drei Spiele und es ist spannend hoffentlich bis zum Schluss. Dankeschön. Danke dir, Markus. Gibt es Fragen? Dann bitte kurz das Handzeichen. Wir reichen ein Mikro. Keine. Gut. Dann herzlichen Dank. Unseren Gästen eine gute Heimfahrt und Ihnen allen einen schönen Abend. Dennoch geht es Ihnen bestimmt auch gar nicht. Lebt noch einen. Alles gut, ganz schön wünschen. Danke. 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 Danke.